Und damit herzlich willkommen zurück beim Let's Play von The Walking Dead. Zunächst einmal möchte ich mich bei euch entschuldigen dafür, dass meine Audiokommentartonspur bei den letzten zwei Folgen nicht einwandfrei funktioniert hat. Da ist irgendwas schiefgelaufen und ich hoffe, dass es jetzt besser funktioniert, wenn wir uns in Episode 2 begeben, zusammen hier bei The Walking Dead. Dann möchte ich noch erwähnen, dass wir natürlich in der ersten Episode, die durchgespielt haben, auch ein paar Charaktere kennengelernt haben, die in der Serie vorkommen. Herschel, Green und Glenn. Mehr möchte ich aber auch nicht sagen, denn ich will auch nicht spoilern für diejenigen, die unter euch die Serie vielleicht nicht kennen. Jetzt geht's weiter mit Telltale Games. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. Drei Monate später. Erstmal gleich einen Zombie erledigen. Oh! Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie war es. Das ist ein paar Züge. Ich kann noch nicht glauben, dass wir all diese Kommissary-Bedienste durchführen sind in drei Monaten. Das war so viel bei der Zeit. Vielleicht sollten Sie nicht die Tür öffnen. Ja, aber dann wäre ich wohl wieder Essen. Ich habe noch keine Füße. Ich glaube, ich habe keine Gefühle. Ein Rappet ist kaum ein Essen, Mark, aber ich würde es nehmen. Wir sind alle hungry. Keine Brüder. Wenn ich mich für die Ration von Carly bekam, dachte ich, dass sie die Hand nehmen würde. Wir sind alle auf der Seite. Wir machen nur ein bisschen. Ja, du bist richtig. Ich wünschte, wie viel Füße wir haben. Das ist eigentlich nicht genug. Das hoffen wir mal. Wenn er das Auto wegkommt, kann er das Auto weg. Okay, Kenny will uns anscheinend verlassen. Wir erfahren ja einige Sachen. Ähm... Na, sagen wir mal, er hat eine... Genau. Du hast deine Meinung über Kenny gesagt. Ja, Larry hat ein spezielles Problem mit mir. Und ich auch mit ihm. Äh, wir erinnern uns vielleicht daran. Ähm... Ja, komm, wir sind mal höflich, sagen wir, er passt auf seine Tochter auf. Larry's just... ...looking out for his daughter. Hey, I know Lily. She can take care of herself. Mark ist hier der Neue. He needs to take that energy and put it towards finding us some more food. And I know Lily thinks he's getting weaker. But the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face one time? Knock me flat. Er hat uns umgehauen. Und zwar damals, als wir, nachdem wir ihm die Pillen besorgt haben, nach seinem kleinen Herzinfarkt, wollte er uns zurücklassen, als die Zungen, die Drogerie gestürmt sind. Wir erinnern uns. Und, äh, wenn da nicht Kenny gekommen wäre, wären wir da draufgegangen. Das war der alte, gute Larry. Wo triffst du diese... Es ist ein langer Schuss. Ich liebe die Blöden. Trust me. Wenn ich nicht denke, dass ich ihn kann, dann werde ich schreien. Na, dann mach mal, Mark. Wenigstens ein Vogel. Immerhin wär das etwas. Das ging ja nehmen. Und es scheint ihm errat zu geben. Was auch sonst. Äh, das scheint nicht Kenny zu sein. Nein, das ist nicht. Ah! Jesus Christ. Oh, Scheiße. Nein, nein. Bitte nicht töten uns. Wir wollen nur unseren Lehrern helfen. Wir gehen, ich versuche es. Lee? Sind ihr euch okay? Ja, sind wir. Geh es weg! Geh es weg! Geh es weg! Geh es weg! Travis! Vielleicht können sie helfen. Wir werden euch nicht weh tun. Es geht nicht. Ich bin nicht. Wir werden euch nicht weh tun. Es geht nicht. Wir werden euch nicht weh tun. Ich bin nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht, Ben. Ich kann nicht nur chillen. Wir versuchen euch zu helfen. Aber du musst dich schicken. Leider, lass uns schicken. Wir müssen helfen. Bitte, mach ihn. Ben, schicken. Mein Vater hat sich vor allem. Ich weiß, was ich mache. Äh, der Sohn ist. Na dann wollen wir mal. Ach, ärgerisch und ein Anmarsch. Ist ja auch klar. Nach dem Schuss von Mark werden ja die Walker angelockt. Nach dem Schreien natürlich auch. Okay, äh, und bei den Bärenfalle erst mal an. Wie macht ihr diese Dinge abstecken? Wir wissen nicht. Leight, mach was. Nichts, es ist unmöglich. Das lockt es oder etwas. R básch, bitte. Raus, komm. Oh Gott, er kann nicht sterben! Komm! Nein, 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 ich hab's versucht, komm! Noch mal, war hier nicht eine Kette, doch, da komm ich noch mal! Was? Jetzt! Okay, komm! Na dann, muss das Bein dran! Oh! Naja, mit der Fall hab ich schon versucht, es tut mir leid, mein Bester! Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid! Oh, Bester hat die Beine ab als das Leben zu verlieren! Ah! Ich hab noch ne Chance! Komm, komm noch einmal an und mach doch Winne! Spiel! Mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Is he lost, David? He passed out! Oh Mann! Oh! Oh! Oh nein, was ist es? Oh nein, wie ist es? Oh nein, jetzt, Travis, nur nach! Doch, nach! Jetzt zieh ich ja! Travis, geh auf! Geh auf! Nein! 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 Fertil! ... ... ... ... ... ... ... Die war so, meine Lilly. Nein, ich weiß nicht. Ich möchte wissen, warum du denkst, dass du mehr Malus in der Hand war eine gute Idee war. Jesus Christus. Er würde ihm sterben, wenn wir ihn verlassen haben. So was? Wir sind nicht verantwortlich für jede Herausforderung, die wir sehen. Wir müssen uns auf unsere Gruppe, genau hier, genau hier. Also, hang on. Wir haben noch nicht mit diesen Leuten gesprochen. Vielleicht können sie helfen. Komm schon, Lilly. Das sind Leute. Die Leute versuchen zu überleben, wie wir. Wir müssen uns zusammenhängen, um zu überleben. Der einzige Grund, warum du hier bist, ist, dass du Essen hast. Enough für alle von uns. Aber das Essen ist fast weg. Wir haben vielleicht eine Woche lefte. Und ich glaube, dass du nicht viel Geld hast, ob du? Um, nein. Gut, ihr seid ihr, dann. Willkommen in der Familie, Kinder. Wir kommen in der Familie. Komm her und sehen, was ich gemacht habe. Was? Nein, ich... Komm her, okay? Du sagst, du denkst, du bist der Lieder dieser kleinen Gruppe. Aber wir können unsere eigenen, verdammte Entscheidungen machen. Das ist nicht deine eigene, persönliche Diktatur. Oh, komm her, du bist dramatisch. Alles wird immer eine Power-Sprache zwischen dir zwei. Ich werde nicht ein Teil davon sein. Die Situation ist sehr angespannt. Hey, ich habe nicht gefragt, um diese Gruppe zu führen. Jeder war glücklich, dass ich das Essen verabschiedet habe, wenn es genug ist, um sich herum zu gehen. Aber jetzt, dass es rauskommt, plötzlich bin ich ein verdammter Nazi. Es ist doch egal, wer das sagen hat. Es ist egal, wer in charge ist. Die Leute sind jetzt hier. Ich glaube, wir müssen nur entscheiden, was dann passiert. Nein, Lee, es ist egal. Eine Person kann nicht in charge von allem. Sie haben versucht, nur Tal zu bleiben. Muss ich das wirklich entscheiden, wenn ich bei dich sein will? Na, Larry, geh mal lieber. Denn ich bin derjenige, der das Essen verabschiedet hat. Aber niemand will es noch. Wisst ihr was? Ich mache es nicht heute Abend. Du, mach es. Es gibt heute Abend die Essen verabschiede, aber es gibt nicht genug für alle. Gut, Glück. Du hast vier Nahrungsgegenstände für zehn ungrige Leute. Jetzt bin ich auch immer in der Situation, hier eine Entscheidung treffen zu müssen. Und mich damit bei bestimmten Leuten wahrscheinlich nie beliebt zu machen, für die anderen zu sorgen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich gehe erstmal zu Katja. Und rede mal mit ihr. Ich weiß nicht. Kannst du mir kurz eine Hand geben? Äh, naja. Natürlich. Kann ich helfen. Natürlich. Was brauchst du? Ich bin schnell einfach nicht. dass ich das nicht. Du weißt, ich dachte, ich bin zu gewinnen, wie ich das. Die Menschen verwendet. Aber ich meine, die Kuss und Kuss sind eine Sache, aber bleib, dieser Mann nicht hat einen Leg. Das ist gut, Mann, nichts. Das ist gut. Du hast alles getan, ich kann. Danke für die Hilfe. Du gehst auf die anderen. Ich brauche ein bisschen Platz. Hier auch, was ich hier noch ein bisschen, an der Raum. So, jetzt muss ich mich um die, äh, Verteilung der Nahrungsgegenstände kümmern. Äh, naja, gut, sagen wir mal, ja, sicher. So, wem gebe ich Nahrung? Äh, Kenny, Carly, Carly hat mir schon den Arsch gerettet. Und die sieht nicht besonders gut aus, ich spreche mal mit dir, ja. Ah, sie beschäftigt immer noch die Vorfälle im Drogeriegeschäft. Ich gebe dir was zum Essen. Ich gebe dir mal einen Apfel. Okay. Dann ist für mich ganz klar, dass ich den beiden Kindern was zu essen gebe. Ich spreche mal kurz mit Duck. Okay, komm, gib mal dem kleinen Duck was zu essen. Dann gebe ich ihm Cracker und Käse. Hier. Da kommt seine Familie, wir sind das zu schätzen. So, dann noch Clementine. Ja, und nochmal Käse und Cracker. Okay. Das gebe ich jemand anderem. Behalt es nicht. Oh, so many of these people have gone longer than me without food. They're the ones that need it. Soll ich jetzt wirklich geben, wenn ich mich mit ihr nicht besonders gut verstehe? Aber... Sie ist jetzt eine relativ starke Persönlichkeit. Braucht man schon. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich gebe es Mark. Willst du das verdammte Bord steigen? Ich versuche es. Ich wusste nicht, dass ich bereits diese Woche bekomme. Was willst du? Eine Handout? Oh, ich habe 60 Cent in meinem Pocken. Wenn du aufhörst und aufhörst, dass du so ein Pansy sein kannst. Ach, Larry ist so ein Sympathischer. Da kommt Mark mit mir draußen. Und wenn ich mit ihm immer auf Nahrungssuche gehe, dann werde ich ihn schon noch brauchen. Dass er ein bisschen kräftiger ist. Ich gebe ihm was zu essen. Here, eat something. Thanks, Lee. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. You mind if we take it? Yeah, give us that thing for a bit. Na, ist aber ganz klar, wem ich die Axt über uns vermag. Here Mark, this should help. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me the axe? Na, ich einfach nicht vertraue, Larry. Come on, Larry. Cut Lee some slack. He knows you're just out to protect Lily. He told me so. Just like he's trying to protect Clementine. He... I just need some food. Going this long without a proper meal make anybody cranky. Ah, das stimmt wohl. Not such an easy job, is it? Never said it was. I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Skip the minor vibe. Kitty. I know I ran out of food before. Hey, it was a tough choice. But you took care of the kids. That's what a real man does. Thanks, Kenny. Still, I guess some people aren't gonna be happy with your choices. You're out? What happened to my food? There's none left. You keep treating people like this. And your days in this group are numbered. You're one to talk, old man. Yeah? Well, I don't see you working on that wall. Man, 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 man. There's ganz schön angespannt. Ken, Lee. Come here, please. He didn't make it, did he? He lost too much blood. Oh, goddammit. I'm getting sick of this shit. Can't come back. There's nothing... Let him go, Kadja. What? He just needs time. It's been a rough morning. That man you brought, I tried. But he was never going to survive. Well, at least he's not our problem anymore. What about the other kid? Oh, no, come, 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 come. What? The axe! Hurry! Oh, no, 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 no! Oh, yeah, oh, yeah. What the hell is it here? Oh, no, no! Ich muss mich nicht mehr nach hinten bewegen. Reine! In Ruhe! Man, 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 man. Wir werden uns alle getötet! Warum hast du uns nicht gesagt, er war getötet? Was? Er war getötet, und du hast nicht eine verdammte Worte gesagt! Aber er wurde nicht getötet, ich versuche! Du bist nicht getötet, Freund hier, kam zurück zu Leben und versucht zu töten, meine Frau zu töten! Was? Warte, ihr alle nicht wisst? Was zur Hölle bist du noch nicht? Es ist nicht der Bight, der es macht. Hm, das sieht mich ganz anders aus. Wir sind alle infizieren. Wir sind alle infizieren. Wir sind alle infizieren. Jeder? Ja. Ich glaube so. Ich weiß nicht, ich... All ich weiß, ist, dass ich Leute rüber, die ich weiß, nie wurden. Wenn ich das erste Mal gesehen habe... Wir waren alle in einem Gym, und alle glaubten, dass wir endlich sicher sind. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, glaube ich... Ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat ein paar Pille. Ein paar davon. Ein paar davon. Sie kam in die Mädchen das nächste Morgen, und... Gott. Back off! Woah, Frau, relax! Ich und mein Bruder, wir... Wir wollen nur, ob ihr alle können uns helfen. Ich sagte, back off! Carly! Wir wollen nichts. Wir wollen nichts! Natürlich, wir wollen nichts! Ich bin Andi St. John. Ich bin Andi St. John. Ich bin Andi St. John. Ich bin and mein Bruder, Dan. Wir sind gerade aus, K aperten, Gasoline. Wir sind gerade aus, Kommen. Wir sehen uns, dass ihr Leute habt ein Motel, ungelockt, das ist gut. Aber wenn ihr ratet, ein Gas, dann wäre es viel glücklich. Wir könnten Essen gebrauchen. Ich gehe mit dir. Ich habe deine Brücke, wenn etwas sehr fisch ist. Also, was ihr denkt? Ich würde gucken wir uns das mal an. Du hast ein Geld. Wir bringen ein bisschen Gas zu dir, Dairy. In exchange, du geben uns etwas Essen, um zurück zu bringen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Das klingt fair. Ein paar Gallen sollte einen unserer Generator für einen Zeitpunkt. So, man den trauen kann? Ich weiß nicht. Aber... Wir müssen gucken. Diese Lilly-Kenny-Thinge beginnt, ridiculous. Wir werden Essen bekommen. Persönlich wäre ich glücklicher, wenn du mehr in die Hand nehmen würdest. Ich würde gerne anführen. Du denkst, dass sie mich nachher wollen? Natürlich. Jeder sieht auf dich. Nun, nicht jeder denkt, dass ich mich so vertraut. Es ist wegen deiner Vergangenheit. Wer noch jemand weiß? Ich bin mal ehrlich, Larry weiß es ihm nicht. Das haben wir erfahren. Mary weiß. Great. Das kann nicht einfach sein. Clementine weiß. Sie war da, als wir in der Drogstor gesprochen waren. Sie fragten mich über das. Ich konnte sie nicht lachen. Was genau mit dem Senator passiert? Es war ein Unfall? Ich weiß ja nicht, was wirklich vorgefallen ist. Sie wissen, was ist passiert. Ich weiß nur, was die Presse sagt. Ich weiß nicht, was deine Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, was deine Geschichte erzählt hat. Manchmal fragt mich, ob ich mit der Gruppe darüber sprechen muss. Du musst nicht. Alles, was passiert, bevor die Dinge in Höhe geht, geht nicht mehr. Ich bin nicht sicher, dass alle das sehen würden. Vielleicht bist du richtig. Vielleicht bist du richtig. Über die Jahre, ich habe auf ein paar ziemlich verletztes. Ich habe gesehen, wie du deine Hände hundertmalen. Es gibt keine Situationen. Es muss nicht sein, dass du ein schlechtes Mann bist. Ich habe. Ich habe. Ich habe das wirklich. Und ich verrufe das. Ich meine, danke Gott Lee kam, als er da kam. Glaublich, Lee? Ja, warum? Darf uns noch ein bisschen mehr über dich, Lee? Woher sind Sie? Ich bin in Maccone aufgewachsen. Das kann ich euch erzählen. Ich bin in Maccone aufgewachsen. Das kann ich euch erzählen. Ich bin in Maccone. Right here in the Heart of Georgia. Das ist, was ich lief zu hören. J'all seem pretty settled in at that motor in. Wer läuft hier so viel? Wer läuft da mit dem Demokratie? Wir arbeiten als Gruppe. All of us looking out for each other. Ich höre das. Es gibt so viele dumme Arten, die sich mit uns kämpfen. Es ist einfach schrecklich. Wie viele Leute habt ihr da oben? Neun. Neun, inkluden die Kinder. Du hast ehrlich geantwortet. Das macht es zehn. Wir würden euch alle nach der Dairy kommen. Wie ich gesagt habe, wir haben viel Essen. Und ganz ehrlich, wir könnten immer eine extra Hilfe in Hand benutzen. In den Sommerern, ich habe mir helfen, auf einer Farnung zu helfen. Ja, das ist großartig. Alles hilft. Mama hat sich in der Dairy schon so lange, wie ich mich erinnere. Aber jetzt ist es... Du denkst, dass du mich rauskriegst? Shit, damn! Niemand versucht dich rauskriegst. Du und Carrie sind immer die Scheiße. Oh, die sind die Leute, die meine Kampen verraten. Wer sind sie? Fuck you! Du wüsstest, dass wir Hunger sind. Und ihr, die Leute, werden es sich selbst behalten. Oh nein, da ist noch mehr drin. Ja, und du weißt, wir haben es alles. Was würdest du damit machen? Nein, keine Angst. Danny und ich haben dich verraten, wenn etwas passiert. Aber lass uns das warten. Ich hoffe, sie gehen weiter. Finde ich eine gute Idee. Fuck you! Na, das ist ja... Herrlich. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Jesus! Asshole! So kann man eine Streitigkeit auch behalten. Come on. Let's get to the dairy where it's safe. Tja. Die Menschen sind schlimmer anscheinend als die Walker. Im letzten Teil. Vielen Dank.